Im Übrigen, Frau Baerbock, bin ich der Meinung, dass Julian Assange umgehend freigelassen werden sollte. Letzte Woche hat ein Richter, Jonathan Swift, in Großbritannien alle zwölf Berufungsgründe einfach zurückgewiesen. Sie haben sich vor der Bundestagswahl für die Freilassung eingesetzt. Seitdem hört man nichts mehr von Ihnen. Wir sind der Meinung, es handelt sich hier um einen ganz, ganz zentralen Fall. Deshalb bin ich im Übrigen der Meinung, und so werde ich meine Reden hier immer beenden, dass Julian Assange freigelassen werden soll und dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen soll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte als letztens noch ein Wort sagen, weil die Bundesregierung sicher dem Völkerrecht und den Menschenrechten verpflichtet fühle. Ich sage Ihnen, Herr Tobias Lindner von der Bundesregierung, es wäre wichtig und ein gutes Zeichen, wenn die Bundesregierung sich für die sofortige Freilassung von Julian Assange einsetzen würde. Es ist bitter nötig. Kommen Sie bitte zum Schluss, Ihre Redezeit ist vorbei. Es ist bitter nötig. Und ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung das auch öffentlich tut. Vielen Dank. Wir fordern Joe Biden auf, oder das, was von ihm noch übrig ist, diesen erbärmlichen Angriff auf Assange die Informations- und Pressefreiheit und damit auf uns alle unverzüglich zu beenden, um zumindest den Anschein einer liberalen Demokratie wiederherzustellen. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und von dieser Perspektive, ich glaube, mit denjenigen, die gesagt haben, dass, Unfortunately, this report is necessary, but it's not full. And several cases, as Julian Assange case is, concerning the Great Britain and the United Kingdom. Once again, I'd like to come now to Julian Assange and the debate that took place earlier. Three years ago, in the plenary, a text was submitted here calling for a resolution, calling for the immediate freedom of Julian Assange. In the meantime, the situation has deteriorated horrifically. Julian Assange is a whistleblower, an investigative journalist. He must be leftist. He must be left free. And to put him in prison for 140 years. This is something which would be unbelievable, a horrific violation of human rights. It's furthermore. Thank you. 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 Vielen Dank.